Anales ist der übliche Titel des zweiten großen Geschichtswerks des römischen Historikers Tacitus. Der handschriftlich überlieferte Titel lautet allerdings ab Exes Udi wie Augusti. Darstellung Das Werk bestand aus 16 Büchern. Es behandelte die Zeit vom Tod des Augustus und dem Regierungsantritt des Tiberius bis zum Tod Neros. Vollständig erhalten sind die Bücher 1 bis 4 sowie 11 bis zum Beginn von Buch 16, wobei der Anfang des 11. und der Schluss des 16. Buchs fehlt. Teilweise erhalten sind die Bücher 5 und 6. Die Lücken im Werk umfassen die Jahre 29 bis 31, 37 bis 47 sowie 66 bis 68 N. CHR Die Anales wurden zwischen 110 und 120 N. CHR veröffentlicht und sollten die Zeit vor dem in den Historien behandelten Zeitraum abdecken. Sie sind das letzte und reifste Werk des Tacitus, stilistisch wohl unübertroffen. Das Werk ist der Höhepunkt der römischen Analystik und der senatorischen Geschichtsschreibung. In späterer Zeit gewann allerdings die biografische Darstellung, die mit Sueten wirkungsmächtig in der römischen Geschichtsschreibung einsetzte. Die Oberhand Erst Amianus Marcellinus knüpfte wieder an Tacitus an. Auch wenn Tacitus in seinem Werk nach eigenen Worten eine objektive Beschreibung ohne Parteilichkeit anstrebt. So ist er dennoch teilweise sehr parteiisch, besonders was die Regierungszeit des Tiberius betrifft. Die moderne Forschung hat das in den Anales vermittelte Bild eines düsteren Tyrannen in weiten Teilen korrigiert. Tacitus hing offenbar immer noch dem alten Ideal einer Respublice Libera an und kritisierte das Kaisertum ganz generell. Seine Bewunderung galt dem alten republikanischen Ruhm, wenngleich er sich nicht der Illusion hingab, dass die Republik wiederherzustellen sei. Zumal das Prinzipat auch dem Chaos der Bürgerkriege ein Ende bereitete, was Tacitus sehr wohl anerkannte. Generell ist das Geschichtsbild dennoch von einem recht starken Pessimismus geprägt. Wobei er den Sittenverfall seiner Zeit und den Verlust der Freiheit beklagt, die in der Republik freilich nur einer Minderheit vergönnt war. Die Darstellung in den Anales wechselt immer wieder zwischen der Lage in Rom und am Hof sowie der Darstellung der Außenpolitik. Besonders der Feldzüge gegen die Germanen unter Germanicus und die Politik gegenüber den Patern. Die Quellenlage hierzu ist allerdings äußerst problematisch, da Tacitus nur relativ selten darüber Auskunft gibt. Er benutzte aber offenbar mehrere Quellen, darunter Archivmaterial. Die verlorenen Historien des älteren Plinius sowie dessen ebenfalls nicht erhaltenes Werk über die Germanen Kriege in 20 Büchern. Daneben unter anderem die Erinnerungen der Agrippiner sowie vermutlich die Geschichtswerke des Fabius Rusticus und des Cluvius Rufus. In Frage kommen auch die Historien des Aufhidius Bassus und das Werk des Servilius Nunianus. Wiederentdeckung Im 9. Jahrhundert wurden die Anales im Kloster Fulda kopiert. Eine Abschrift gelangte ins Kloster Covey bei Höxter, wo sie 1508 von einem weltlichen Gelehrten wiederentdeckt wurden. Die ersten sechs Bücher wurden etwas später im Auftrag italienischer Humanisten entwendet. Papst Leo X. gelangte in den Besitz der Abschrift und veranlasste die Veröffentlichung. Sie befinden sich heute in der Bibliotheca Medizia Laurentiana in Florenz. Die Bücher 11 bis 16 sind in einer Handschrift aus dem Kloster Monte Cassino aus dem 11. Jahrhundert überliefert. Ausgaben, Kommentare und Übersetzungen Erich Köstermann P. Corneli Itaziti Libri G. Supersund Tom. 1 FASC 1 Libri ab Exsudiv Augusti I. V. I. Leipzig 1934 Neubearbeitung Leipzig 1960 Zweite Auflage Leipzig 1965 Erich Köstermann Tacitus Annalen Vier Bände Heidelberg 1963 bis 1968 Annalen Lateinisch-Deutsch H. G. von Erich Heller Mit einer Einführung von Manfred Fuhrmann Dritte Aufl Düsseldorf und Zürich 1997 Annalen Deutsch von August Horneffer Mit einer Einleitung von Josef Vogt und Anmerkungen von Werner Schur Stuttgart 1957 The Annals With an English Translation by John Jackson Drei Bände Cambridge, London 1937 The Annals The Rains of Tiberius, Claudius and Nero Oxford World's Classics Translated by John C. Yardley With Introduction and Notes by Anthony A. Barrett Oxford New York 2008 World's Classics Annalen Ángel Ehud Dein Executive Marbet